Seid gegrüßt Kinder von Midgard und herzlich willkommen in meiner Sagenhalle. Ich habe es beim letzten Mal bereits angekündigt, dass ich an etwas Besonderem arbeite. Und hier ist der erste Teil dieses Projektes. Fränkische Mythologie ist uns bislang nur in winzigen Bruchstückchen überliefert. Doch selbst daraus lassen sich zuweilen erstaunliche Erkenntnisse erzielen. So stieß ich vor ein paar Jahren auf die Schriften von Fiafrankisk Altsido. Fiafrankisk Altsido ist eine kleine neuheitliche Gruppe aus den Vereinigten Staaten. Sie hat es geschafft ein ganzes System aus Mythen, Ritualen und Umgangssprache zu erschaffen, die an die Kultur und die vorchristlichen Vorstellungen der historischen Franken der Völkerwanderungszeit und des frühen Mittelalters zu entwickeln. Sie steht damit in einer Linie, mit der Sachsisk Altsido, die sich dem Sachsentum widmen, dem Pennsylvania-deutschen Verein Urglaue, frisisch geprägten Gläubigen, am Allermannentum orientierten Sippen oder dem an den Angelsachsen orientierten Führen-Sido-Gruppen. Ich muss sagen, es ist herrlich zu sehen, wie viele Menschen die alten Götter für sich wiederentdecken. Fiafrankisk Altsido heißt so viel wie die fränkische Altsitte. Und das umschreibt die Ausrichtung der Gruppe ganz gut. Auf ihrer englischsprachigen Website, die ich euch gerne verlinke, erklärt die TFA, wie sie sich abkürzt, was es mit den verschiedenen Gottheiten auf sich hat, die sie Helern nennen, sowie den grundlegenden Ritualen des fränkischen Heidentums, also den Virtsgapon, Ofron, Drinken und Firinga. Zum Selbstverständnis der TFA gehört aber auch die Prägung der historischen Franken durch die römische Kultur nicht zu leugnen, sondern zu akzeptieren. So lautet bereits der Untertitel ihrer Website, Alodium Francorum, und sie verwendet auch weitere lateinische Begriffe wie Cultus, Civitas oder Scriptorum neben fränkischen Worten wie Gravio, Fritu oder Hemaheto. Warum erzähle ich euch das alles, fragt ihr euch jetzt vielleicht. Nun, die TFA hat auch eine eigene Mythologie entwickelt, die sie in einigen Büchern und PDF-Dateien aufgezeichnet hat. Freilich ist die nicht authentisch historisch aus der Zeit der historischen Franken. Das behauptet der Verfasser auch gar nicht. Aber sie ist so gut geschrieben, dass ich es mir nicht habe nehmen lassen, sie für euch ins Deutsche zu übertragen. Die TFA hat sich hier wirklich Mühe gegeben und aus historischen Quellen geschöpft, wie man das anhand des begrenzten Fundus bezüglich der Franken nur machen kann, um an die Stoffe der leider verloren gegangenen echten Lieder und Sagen so nah wie möglich heranzukommen. Das Werk Fahalon erzählt das mythische Weltenjahr der heidnischen Franken, beginnend mit dem Wintermanoth, also dem Wintermond. Sie kommen als typischer Bericht eines namenlosen Sängers herüber, wie sie uns auch aus mittelalterlichen Heldenliedern bekannt sind. Die Monatsnamen sind quasi die Titel der jeweiligen Sagas und entsprechen den althochdeutschen Monatsnamen, also so wie Ostramanoth, Lentzik, Brachmond und so weiter. Nun bleibt mir nur noch eins zu sagen. Viel Spaß mit der ersten Geschichte. Ich ersuche die mächtigen Götter. Ich bin nur ein armer, leidenschaftlicher Wanderer, oft mehr im Irrtum als klug und dann wieder weiser als ich Witz habe. Ich habe das Opfer vollzogen, ritzte die Werkzeuge unseres Amtes und beschriftete die Viehhäute mit dem Schilfrohr. Und so ist hier mein Bericht von den Festen und unter welchen Monden sie stattfanden. Außerdem gebe ich Gründe für unverständliche Dinge, die nur den Göttern bekannt sein mögen. In diesen sollen wir das Allodium und das Recht des Kunings finden, welches wir nun so gut ausüben. Vor der Gründung von Sicambrien und dem Fall von Troja, von wo aus die Prinzen Priam und Antenor herrschten, vor all diesen Dingen war da ein erstgeborener Herrscher, Tivisko, geheißen. In jenem Zeitalter war unser Volk noch nicht, Prinzen waren nicht, die ungezähmte Wildnis war nicht und auch keine Städte. Rom hatte seinen Ruhm nicht erlangt, da Troja noch nicht war. Es gab nichts außer einem Herrscher, der aus dem irdischen Hügel stieg. Unter dem Wintermond reiste dieser Herrscher, den ich bereits Tivisko nannte, von dem irdischen Hügel im Osten zu den Ufern des Alrin. Es mag sein, dass er westwärts ging und dabei für viele, viele Monde dem Lauf des Alrin folgte. Auf dem Weg, so glaubt man, wurde ihm ein Sohn geboren. Nicht auf die Weise wie in unserem Zeitalter, sondern eher aus dem Schweiß, welcher von seiner Gestalt tropfte. Dieser Sohn war Mano geheißen und Tivisko hatte Gewalt über ihn. Denn es sollte bekannt sein, dass dieser erste Erfo Beranwald, der Urgott, genannt wird. Mano wird daher der Ur-Atal geheißen. Nun will ich euch von den Dingen erzählen, die dieser Prinz erreichte und wie er die Gunst seines Vaters verlor. Es begab sich, dass die beiden auf ihren Reisen zu einem bestimmten Wald kamen. Jenseits dieses Waldes lag eine besondere Marsch, Saltmarisk geheißen, deren Boden reich und fruchtbar war. Am Rand dieser Marsch, wo der Schilf bis zum oberen Himmel hoch wächst, saßen zwölf Suanoviv, gekleidet in Federn und gegürtet in Eisenröcken. Sie saßen am Wasser und pflickten ihre Füße mit dem bleichen Lehm. Die zwei anderen kamen näher und die Maiden griffen zu ihren Waffen. Manche zum Speer, andere zum Sparta und eine besonders herausragende Krieg-Viv an der Spitze griff zu einem Korb voller Brot. Diese Wicht-Viv, Hludaner geheißen, stellte die vornehmsten ihrer Schwestern vor. Sunuxal ist die am meisten Wissende. Exomna ist ohne Furcht. Hariassa hat nie Frito gebrochen und vor allem habe ich niemals einen Hunger gekannt, der nicht durch das Mahl des Krieges gestillt oder besänftigt werden konnte. Tivisco und Mano machten sich darauf bereit für den Krieg. Ihre Kriege wurden von den Poeten wohl gerühmt. Der Stab des Werafada verfehlte keine Mark. Seine Taten sind zahlreichen Liedern erzählt worden. Zu dieser Jahreszeit werden freundliche Worte ausgetauscht und Vorzeichen werden von Vögeln ersucht, Pferden und viele andere solcher Methoden. Die Lieder des Maro-Fechteri werden ihrerseits an der Festtafel gesungen. Es wurde gesagt, dass Hludaner dem Mano Brot anbot, um seine Plünderungen zu verlängern. Dies ist ein Brauch, welcher bis zu diesem Tag fortgeführt wird. Dem Tivisco bot Mano diese Stücke an und im Gegenzug gab ihm der Ergot dafür goldene Ringe. Dies ist die Art, nach der der Kriegsaustausch in dieser Zeit festgelegt wurde und die beiden taten dies genauso, bis die Menschen dies sahen und ihre Fürsten diese Art fortsetzten. Dann wandte sich der eine gegen den anderen. Mano wog schwer von all dem Gold. Er war der berühmteste auf allen Schlachtfeldern. Tivisco, schwer vom Brot, doch leicht an Gold, beklagte sich. Sein Sohn, angeschwollen vor Macht, hatte eine Gier nach seinen Ringen entwickelt. Ihr müsst wissen, dass er es gewohnt war, den Idismagitis für ihre Huld Solidi zu geben, welche er machte, indem er die Ringe zerbrach. Hierfür zeigten sie sich ihm gegenüber sehr wohlwollend. Jedenfalls hatte der verarmte Tivisco Bronzeringe von Weland anfertigen lassen. Diese Ringe waren wertlos. Mano, der sah, wie wertlos sie waren, gab sie an Hludanakuni weiter und dafür entzogen sie ihm die Gunst und der Held fiel auf dem Rabenfeld. Aus diesem Grund kann gesagt werden, er fiel vom Himmelsrand. In seiner Trauer um den Jungen Erschlagenen wurde Tivisco in seinem Kummer am Rande der Welt alt. Er hörte auf, die Schreine hinter sich zu bewachen oder das Idisfeld vor ihm. Dies konnte er aufgrund seiner Göttlichkeit tun. Dann legte er sich auf die rot getränkte Erde und rammte seinen Todesstab namens Verold Galgo hinein. Dies ist die Säule, welche Irmin für sich behauptet. Da ist mehr an dieser Geschichte, doch dies geschah in einer anderen Zeit und unter einem anderen Mond. Ich sage jedoch dessen ungeachtet, dass Irmin die Welt mit dieser Stange und diesem Himmelsstab stabilisiert hat. Aus diesem Grund wird die Säule gerötet und glänzend von Blut gemacht, in der Hoffnung, dass es die himmlische Weissagung umkehrt. Für Chludana und die Idisi wird ein Gedicht für Erfolg aufgesagt und viel Gold wurde ihnen dafür versprochen, auf das sie uns in schweren Zeiten immer ernähren, unsere Mütter, wenn sie gebären, unsere Bäuche mit den Freuden von süßem Brot füllen und uns unser Wort offenbaren. Dies sind die Dinge, die ich von diesem Mond weiß.